Ciao Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Neuer Super Mario Bros. Wii. Wir sind wieder zurück hier in Welt 3, Level 3, 3, Butterwood Crossing. Ich habe nämlich den Secret Exit unten des Darkman verpasst und die sind beide scheinbar am selben Spot. Und es tut mir so leid, dass ich das nicht gefunden habe. Ich zeige euch, wo das ist. Finde ich, ist tatsächlich ein bisschen fies versteckt, aber an der Stelle sind unsichtbare Blöcke und man kann hier rüber. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ist ja auch egal. So. Und ne, hier passiert was, oder? One Up! Ich glaube, schaffen wir nicht. Ne, leider nicht. Acht Coins fehlen. Egal, die Geste zählt. Dann haben wir hier auch den Secret Exit. Ne, kein Dings. Aber ein One Up kriegen wir hier an der Flagpole. So, Secret Exit, Starcoin nachgeholt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Der Secret Exit war tatsächlich nur für den Job. Und herzlich Willkommen zu 3, 4 jetzt. Wobbish Room Bluffs. Hier haben wir schon mal die erste Starcoin. Hier ist aber noch ein Pilz weiter oben. Ne, können wir nicht hin. Okay, wir haben die erste Starcoin. Das ist schon mal kein schlechter Anfang. Ich hasse Level mit Pilzen, die sich bewegen. Ich kriege da immer innerlich, oh mein Gott, einen kompletten Kollaps, weil das ist zu viel Bewegung. Reizüberflutung des Jahrtausends. Als ob das kein Hit war. Strong. Aber was ihr gerne hitten könnt, ist der Like-Button, wenn euch das Video heute gefällt. Wartet noch. Schaut euch das Video noch ein bisschen an. Und entscheidet dann. Wichtig, wichtig, wichtig. Das muss ja auch von den Herzen kommen. Nicht? Ja. So. Hier haben wir Propeller-PCR. Brauche ich nicht. Habe ich. Das hier sieht mir schon wieder irgendwie nach Secret-Exit aus. Für eine Starcoin ist das eigentlich zu viel Aufwand. Okay. Ich habe nichts gesagt. Es tut mir leid. Und wir kommen bei der Halbzeit raus. Wunderbar. Oh mein Gott. Wunderbar. Yes. Die Coins mit... Ne. Was passiert schon wieder hier? Wir legen schon wieder los, als wäre ich hier der krasseste Mario-Spieler der Welt. Ach du meine Güte. Gar kein Problem für mich. Und da ist der Tod. Gar kein Problem für mich. Wir haben es überlebt. Das war knapp. Das war es schon. Ein kurzes, säftiges, kleines Level. Finde ich super für zwischendurch. Da kommt man wieder ein bisschen ins Game rein. Gefällt mir. Top. Burn Place Tower. Der Tower sieht mega krass aus. For real. Schon das Bild... Also wie er da auf der Overworld steht mit den Flammen. Kriegt man direkt Angst. Finde ich gut. Finde ich gut. Wunderbar. Das ist ein Tower, der von unten nach oben geht. Da will ich echt lieber meinen Propeller Head behalten. Tatsächlich. Und den verliere ich auch gleich, wenn ich mich weiter so doof anstelle. Bitte nicht brennen. Flampierte Pizza gibt es heute Abend. Nicht jetzt. Muss ich hier mich nochmal ein bisschen... Beweisen. Ich bin so kaputt. Ich bin so kaputt im Kopf. Yes, indeed. Wie kann man denn... Also... Ne. Komm. Reden wir nicht drüber. Machen wir hier weiter. Moin, Knochi. Wie geht's? Frauen und Kindern auch gut. Wunderbar. Das freut mich doch. Finde ich super. So. Wir gehen echt wie... Wie Butter durch das Level. 100 Münzen. Ein One-Up für uns. Wunderbar. Das freut mich immer so ein bisschen. Okay. Hier müssen wir schön gespannt links und rechts gucken. Die bleiben oben. Wunderbar. Hier könnte überall was kommen. Das Feuer sieht strong aus. Da ist die nächste Star-Coin. Und da müssen wir fast sein. Gotta go fast. Gotta go fast. Wunderbar. In die Röhre. Da würde ich trotzdem gern rein. Okay. Wunderbar. Wunder, wunderbar. Wisst ihr, was sich da befindet? Die dritte, letzte Star-Coin. Heute haben wir ein Level nach dem anderen. Zack, bam. Sechs Minuten. Alle drei Star-Coins in schon zwei Leveln. Was da los? Oh, der Tower der dritten Welt. Ich hoffe natürlich wieder auf einen exponentiell krassen Custom-Boss. Wir werden sehen. Monty Maulwurf. Ne, Rocky Schraubenschlüssel. Sorry. Sorry, guys. Sorry. In riesig. Ich fand's gut, wie die Augen gerade so aufgeplöpft sind. Okay, Stampf-Attacke ist scheinbar die Lösung. Hä? Und jetzt? Ach du meine Güte. Übertreibt doch nichts. Geh'n Kaffee trinken, Kollege. Ach du meine Güte. Aber der Smarte stellt sich halt hierhin. Da wird man nämlich nicht getroffen. Bumm. Da ist er auch down. Zack, zack, zack. Zerrapzap. Schauen wir direkt ins Challenge-Haus C. Sammle alle Sterne ein, bevor die Zeit abläuft. Oh, im Schwimmen. Challenge leider nicht geschafft. Es sind auch ein bisschen viele Stars. Aber ist okay. Passiert, guys. Machen wir weiter. So, let's go. Mh. Ah. Da kommt schon wieder einer entgegen. Das finde ich jetzt aber nicht so freundlich von ihm. Der soll mal hier ein bisschen auf Abstand bleiben. Oh, finde ich gar nicht gut. Lost-Aktion. Äh. Oh, oh, oder? Nein, so kurz vor dem Checkpoint. Oder eine Starcoin. Mann. Jetzt auch auf dem Weg hierher. Erstmal keine Starcoin gefunden. Da ist doch eine. Okay, ich habe euch das gesagt. Wir haben eine. Und das ist die zweite. Und die kriegen wir auch nur, wenn wir klein sind. War also eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob die grüne Röhre jetzt besser ist. Weil da ist ja ein gelber Schalter-Palast-Block davor. Ey, dieses Mini-Mario-Sein. Ey, das ist stressig. Des Jahrtausends. Sag ich euch, wie es ist. Wenn ihr nicht 100% spielt. Oder wenn ihr nicht versucht, nahe an die 100% zu kommen. Nehmt den safe nicht. Oder für die Challenge. Wenn ihr die Challenge wollt, nehmt den. Ich nehm den jetzt auch nicht. Vielleicht brauchen wir ihn für die dritte Starcoin. Wer weiß. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Brauche ich den vielleicht für die dritte? Ich weiß es nicht. Deswegen nehme ich den Pilz nicht mit. Spring doch! Kollege! 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 Entspann dich! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ich habe... Oh mein Gott. Ich habe springen gedrückt. Und er ist nicht gesprungen. Deswegen sind wir erstmal runtergefallen. Oh, ich skippe. Und ab durch die Röhre. Da ist jetzt Ziel. Da ist jetzt vorbei. Da kommt jetzt gar nichts mehr. Hehe. Das nächste Level hört auf den Namen. Bubble Bassin. Ich sehe einen Fisch. Ich bin Mini Mario. Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Oh, danke schön. Nein! Bitte warte, bitte, 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 bitte. Dankeschön, danke. Wunderbar. Da fühle ich mich überhaupt nicht viel sicherer, weil der Fisch tötet instant. Also wenn er euch frisst. Wenn er dagegen schwimmt. Ja, okay. Ein Damage. Aber wenn er dazu kommt, euch zu fressen, dann seid ihr ganz schön down. Okay, rot ist meistens sass. Ihr wisst. Halt! Bitte, bitte, bitte. Wunderbar. Und ich will wieder nach rechts. Nicht so weit zurückschießen, Kollege. Entspann dich. Wie? Wir haben die erste Starcoin verpasst. Ja, wahrscheinlich ist da ein Peace-Switch. In die gelbe geht es rein. Bitte. Oh mein Gott, war das schon wieder knapp. Okay. Da ist er auch. Ja, komm. Dankeschön. Wunderbar. Gehen wir weiter. Lass da einen Ausgang. Spiel. Du bist. Ich liebe dich. Hier, Heiratsring. In dein Gesicht. Vielen Dank dafür. One up für uns. Und dann gucken wir, was rechts in der Röhre ist. Die habt ihr noch nicht gesehen. Die schauen wir uns jetzt an. Und da geht es schon ins Castle. Ist das die Röhre von der Meadow? Ja, genau. Okay. Dann gehen wir zuerst ins Musikhaus, natürlich. Und schauen uns das mal wieder an. Boah, ich sehe da ein schönes Luftschiff. Strong. Ja, ist okay. Ich habe es kapiert. Wie Mario so traurig guckt. Es gibt sogar extra Musik, wenn man nichts hinkriegt. Wie schön. Also, nicht schön. Aber wie schön. Okay. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen lost tatsächlich. War aber auch schwer. Come on. Slanty Shroom Road heißt das nächste wunderbare Level, in dem ich gerne einen Propellerhead annehme. Und hier hinten die erste Starcoin finde. Nein. Irgendwann wird es so sein, Geist. Ich schmecke das. Ja, da sind Kettenhunde. Da hätte ich schon gerne den Hammer eigentlich. Ich will hier überall lang. Wenn ich an dem Kettenhund und an dem zweiten vorbeikomme, könnte hier hinten was sein. Bitte, bitte was? Ich muss den Kettenhund in die Richtung schießen. Wunderbar. Er hat jetzt mehr gemacht. Ich habe alle meine Leben verloren, Mann. Was ist das denn? Genau. Auf dich habe ich schon den ganzen Tag Lust. Geh weg. Gar keine Lust, mich mit so jemandem zu streiten, der einen Boomerang ins Gesicht wirft. Come on. Ich kann ihn auch noch mit ab. How do I get... Ich brauche den Propellerhead. Und der befindet sich hier unten. Da befindet sich sogar ein pinker Yoshi. Pink. Stronger Farbe. Tschüss. Ähm. Finde ich nice, dass wir durch den Schalterpalast an die Starke kommen. Wo kommt denn der nächste? Es gab ja... Wie viel gab es? Drei? Vier Stück? Oh, hätte man vielleicht doch so da hochkommen können. Okay, okay. Ja. Aber der Schalterpalast erleichtert noch so einiges, sage ich jetzt mal. Weil sonst, wir hätten jetzt keinen Yoshi, wenn es den Schalterpalast nicht geben hätte, täten würde. Und wir haben die letzte Starkeld verpasst. Ist das nicht schön, guys? Ach, Mann. Ich gucke, wo sie ist und sammle sie ein. Als ob wir brauchen hier den Boomerang-Typen, um da hoch zu jumpen. Okay, aber das ist machbar. Es gibt kein Secret Exit. Habe ich natürlich direkt nachgecheckt. Weil manchmal ist ja auch so, dass die dritte Starkeld mit dem Secret Exit zusammenhängt. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Hier ist er einfach so zu finden. Wunderbar. Und hier geht es auch wieder für uns runter. Sehr schön. Molten Wire Castle. Ich sehe spuckende Bälle. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich sehe riesengroßes Scrolling-Areal. Das Hit war echt groß. Ich sehe die erste Starkeld. Oh mein Gott. Ey, das ist gar nichts, was hier schon wieder passiert. Zack, zack, zack. So wollen wir das. Das ist der Skill, den ich hier erwarte. Und das Ding ist ja mal sowas von langsam. Und du bist sowas von ein hässliches Dich, das ich besiegt habe. Aber ob es das jetzt wert war, den Treffer? Weiß ich nicht. Oh, oben oder unten? Geist, Geist. Oben oder unten? Unten sind Münzen. Und oben die Starkeld. Wobei, unten ist der schwerere Weg. Macht keinen Unterschied. Oben ist die Starkeld. Der Schalterpalast. Ich sag's doch, der ist schon der Game Changer. Ich kann die doch nicht mit dem Controller machen, richtig. Wisst ihr doch. Newer Team, come on. Ich feiere das aber trotzdem. Als Gimmick an sich feiere ich diese Gitter echt maximal. Boah, das hätte richtig schief gehen können. Hier wird geballert. Da könnte immer was auf euch zulaufen. So, und der Checkpoint nach zwei Starcoins fühlt sich richtig an. Nehme ich mit. Was befindet sich hier noch? Eine weitere Fireflower. Die ich hoffentlich nicht brauche. Nee, nee. Ich stecke jeden Treffer für die Dinger ein. Wie strong. Heute läuft nicht, heute rennt. Bei mir läuft nicht, bei mir rennt. Habt ihr eigentlich alle schon einen Like dagelassen? Hallo? Für die heutigen Skills, die ich hier an den Tag leere. Ach du meine Güte, was war das? Geh doch. Ich kriege gleich einen Herz-Kollaps. No joke. Ich bin legit kurz davor. Was ist das hier für ein Müll? Gar kein Müll. Easy going. Through da. Und weg, 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 weg. Zum Monty-Kampf. Den wir schon kennen aus dem Castle. Vielleicht ist er ein bisschen anders. Mal gucken. Nee, überhaupt nicht. Treffer Nummer 1. Und Treffer Nummer 3. Guys, und beim nächsten Mal schauen wir uns dann das spannende Luftschiff an. Lasst ein Like da, wenn euch das ganz gefallen hat. Abonniert den Channel, um das Luftschiff nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.